Matthias Klostermayer, der bayerische Chiasel, war ein Wilderer und Anführer einer gerechten Räuberbande im damaligen schwäbisch-bayerischen Grenzgebiet. Nachdem sein Wilderer-Kumpan Stern Putz von einem Jäger getötet worden war, überfiel Klostermayer mit seiner aus bis zu 30 Personen bestehenden Bande auch Amtsstuben und andere öffentliche Einrichtungen. So erpresste er vom Amtmann in Tefertingen Steuergeld, das er unter der Bevölkerung wieder verteilte. Klostermayer wurde am 14. Januar 1771 von einer militärischen Truppe des schwäbischen Kreises unter Premierleutnant Josef Schädel im Gasthof Post in Osterzell nach einem Feuergefecht festgenommen und später in Dillingen an der Donau spektakulär hingerichtet. Matthias Klostermayer war schon zu Lebzeiten berühmt und berüchtigt. Für viele Zeitgenossen aus ärmeren Schichten war er ein Volksheld, obwohl zahlreiche Gewaltverbrechen an Unschuldigen auf sein Konto gingen. Er lebt bis heute in zahlreichen Anekdoten, Liedern und Legenden weiter. Friedrich Schiller soll den bayerischen Chiasel als Vorbild für den Karl Mohr in seinem Stück Die Räuber genommen haben. Der bayerische Chiasel Matthäus Klostermayer kam am 3. September 1736 im Anwesen Nummer 164 in Kissing zur Welt. Sein Geburtshaus zum Brenntan wurde 1931 abgerissen. Ein altes Foto in Privatbesitz zeigt ein einfaches, einstöckiges Söldnerhaus, dessen originaler Grundriss bis 1921, 22. erhalten geblieben sein soll. Warum der auf den Namen Matthäus getaufte Klostermayer später nur Matthias genannt wurde, ist unklar. Seit seinem zwölfte Lebensjahr musste er sich auf dem nahen Schloss gutmergend aufverdingen, um zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen. Mit 16 Jahren verlor er seine Mutter Elisabeth. Die Mergendauer Jesuiten beschäftigten den jugendlichen Klostermayer anschließend ungefähr zweieinhalb Jahre als Jagdgehilfen und Aufseher. Chiasel verlor diese einträgliche Anstellung jedoch wegen eines harmlosen Faschingsschätzes. Er hatte einen Pater Venentius, der auf der Jagd versehentlich eine Katze erschossen hatte, als Katzenschützen verspottet. Nach dem Verlust seiner Anstellung begann der Brenton Chiasel mit der Wilderei, da ihm auch das Jagen mit dem Ortsjäger verboten wurde. Später diente er dem Seheranserbauern Baumiller als Knecht und begann ein Verhältnis mit dessen Tochter Monika. Aus dieser Verbindung ging ein Sohn mit dem Namen Korbinian hervor. Durch den unsteten Lebenswandel Kloster Meyers kam es zu Spannungen mit dem Seheranserbauern, dem sicherlich auch die Liebschaft des Chiasel mit seiner einzigen Tochter nicht besonders gefiel. Im Alter von 25 Jahren verließ der Knecht deshalb den Hof und schlug sich fortan als Wilder durch. Er konnte sich aber nicht von seiner Kissinger Heimat und besonders von seiner Geliebten trennen. Das Treiben des Wildschützen, der bei der Bevölkerung sehr beliebt war, zwang die Obrigkeit bald zu Gegenmaßnahmen. Um das NRUH-Wert zu Kissing beantragte der Schulmeister und Miesner Huber 1761 die Aushebung des Chiasel als Rekruten. Kloster Meier entzog sich jedoch rechtzeitig durch seine Flucht über den Lech ins ausländische Oberort Masshausen. Hier im Schwäbischen erhielt er auch seinen Spitznamen, bayerischer Chiasel, da Kissing zum Kurfürstentum Bayern gehörte. Die ausgedehnten Forste auf der linken Lechseite boten dem Wilderer reiche Jagdgründe. Bereits zu dieser Zeit hatte sich der Chiasel einigen Ruhm erworben. Besonders die Bauern schätzten seine Mithilfe bei der Dezimierung des Wildbestandes, der beträchtlichen Schaden auf den Feldern anrichtete. Einmal sollen sogar zwei Bauern den Wildschützen als Abgesandte ihres Dorfes aufgesucht und ihm 15 Taler übergeben haben. Der Chiasel sollte dafür das Wild in ihrer Feldmark wegschießen. Kloster Meier wurde gefasst und musste ein Dreivierteljahr im Zuchthaus zu München verbringen. Der bayerische Kurfürst wollte ihn sogar zum kurfürstlichen Jäger ernennen, obwohl Wilddieben eigentlich die Todesstrafe drohte. Der Wildschütz zog es jedoch vor, sein bisheriges freies Leben weiterzuführen. Der charismatische Kissinger wurde zum Anführer verschiedener Wilderer und Räuberbanden, die ihre Beute angeblich teilweise an die Armen verteilten. Aus diesem Grunde wurde der Chiasel rasch zum Volkshelden und ließ sich sogar in Kupferstichen verewigen. Die bekannteste dieser Darstellungen zeigt Matthias Kloster Meier in selbstbewusster Haltung zusammen mit seinem Jungen und dem großen Hund Teiris von der Putzmühle bei Steindorf. Eine Version dieses Stiches diente dann auch als Frontispitz des nur kurz nach der Hinrichtung erschienenen anonymen Büchleins vom Leben und Ende des berüchtigten Anführers einer Wildschützenbande. Insgesamt wurden dem Chiasel und seinen Gefährten zwölf gewaltsame Überfälle, acht Landfriedensbrüche und neun Totschläge zur Last gelegt. Die Eidgenossen demütigten die Obrigkeit, wo sie nur konnten. Sie überfielen regelmäßig Jäger und Amtsleute und nahmen deren Waffen an sich. Kloster Meier war dabei stets unmaskiert. Seine Gefolgsleute kamen wie er meist aus kleinbäuerlichen Verhältnissen. Die Banden konnten sich mehrere Jahre weitgehend ungestört im schwäbisch-bayerischen Grenzgebiet halten. Bei Gefahr wechselte man einfach über eine der zahlreichen Grenzen in ein anderes Territorium. Die Wildschützen wurden oft von der Bevölkerung versorgt und gewarnt, die dafür ihren Anteil an der Jagdbeute erhielt. Kloster Meier suchte weiterhin regelmäßig den Heimatort und seine Familie auf und konnte sich dort relativ sicher fühlen. Im Dezember 1770 begannen jedoch in Dillingen die Vorbereitungen zu einer militärischen Expedition gegen den Hiasel und seine Männer. Am 14. Januar wurde die Bande im Ostersäler Wirtshaus in die Falle gelockt. Der Fürstbischöflich-Augsburgische Premier-Lieutenant Schädel ließ das Gasthaus von etwa 300 Soldaten umstellen. Vorher war das Pulver der Wilderer durchfeuchtet worden. Trotzdem gelang es erst nach vier Stunden, die Freischützen auszuräuchern und gefangen zu nehmen. Nach einem mehrmonatigen Prozess in Dillingen wurde der barische Jasel zum Tode verurteilt und am 6. September 1771 an der Donaubrücke der Stadt hingerichtet. Angeblich wickelte man den Verurteilten nach der Verlesung der Urteils in eine frische Kuhhaut und schleifte ihn vom Rathaus zur Hinrichtungsstätte. Dort angekommen, soll er die Beichte abgelegt, noch ein Glas Wein getrunken haben und dann gefasst auf das Schafort gestiegen sein. Zuerst wurde Klostermeier mit einem Strick erdrosselt, dann der Körper auf einer Radbrechmaschine zertrümmert. Schließlich schlug der Henker Klostermeiers Kopf ab und wir teilte den Körper. Den Kopf steckte man an den Dilliner Galgen, die Körperteile wurden in Dillingen an der Donau, Füssen, Oberstdorf und Schwab München öffentlich ausgestellt. Noch am gleichen Tag richtete man zwei Mitglieder der Bande durch das Schwert. Johann Adam Locherer, genannt der Blaue aus Rheinstab im Alter von 25 Jahren. Johann Georg Brandmeier, der Rote aus Steindorf im Alter von 20 Jahren. Andreas Meyer, der mit angeklagte jugendliche Diener und Gefährte des Jasel, konnte aus dem Gefängnis fliehen und sich über die Alpen in Sicherheit bringen. Mit ihm sollen vier weitere Mitglieder der Bande entkommen sein. Der zeitgenössische Steckbrief nennt allerdings nur drei weitere Ausbrecher. Josef Port, der Amberger Seppel, Urban Lechenhör, genannt der Allgäuer, und Josef Ortlieb, der Sattler. Das einfache Volk betrauerte den Volkshelden bereits kurz danach in zahlreichen Volksliedern und Theaterstücken, die Tathorte und Delikte. Das heutige Schwaben war im 18. Jahrhundert in zahlreiche kleine Herrschaften zerrissen. Neben dem Hochstift Augsburg waren hier das Augsburger Domkapitel, die Fürstabtei kämpften und zahlreiche weitere Klöster und Stifte begütert. Andere Gebiete gehörten dem Adel, etwa den Grafenfugger, Waldburgzeil oder Stadion. Auch die Reichsstädte Ulm und Augsburg und das Haus Österreich hatten ihren Anteil am territorialen Fleckerlteppich. Diese Kleinräumigkeit bot der Hiaselbande idealen Schutz und beste Bedingungen. Man wechselte alle vier bis sechs Wochen in ein anderes Territorium, während die Behörden die Spur der Wildschützen ursprünglich nur bis zur jeweiligen Grenze verfolgen durften. Wesentlich gefährlicher war hier der Aufenthalt im kurfürstlich-bayerischen Gebiet, wo die Verfolger der Bande über große Entfernungen nachsetzen konnten. Aus diesem Grund waren die Freischützen nahezu ausschließlich auf der westlichen Lechseite unterwegs. Von den 50 Delikten, die den Eidgenossen im Dillener Prozess vorgeworfen wurden, spielten sich deshalb nur zwei im bayerischen Gebiet ab. Elf fanden im heutigen Landkreis Ostallgäu statt, im Landkreis Augsburg waren es zehn. Im Unterallgäu und Württemberg zählte man sieben, im Oberallgäu einen in Dillingen an der Donau sechs. In Günzburg ebenfalls sechs und im Augsburger Stadtgebiet zwei Übergriffe Kloster Mayers und seiner Leute. Der südlichste Tatort lag bei Altusried nördlich von Kempten, der nördlichste bei Lauingen an der Donau. Im Westen wagte sich die Bande bis vor die Tore Ulms im Osten bis Wildenrot im Kurfürstentum Bayern. Alle Delikte fielen in die Jahre zwischen 1766 und 1771. Die Verhaftung der Jaselbande wurde durch ein Abkommen der Fürsten und Stände des Schwäbischen Kreises zur Eindämmung des Wildererunwesens vom 22. Juni 1769 vorbereitet. Die Grundherren vereinbarten darin gegenseitige Amtshilfe und erlaubten sogar die sofortige Vollstreckung der Todesstrafe durch den Strang. Die Behörden konnten nun die Freischützen leichter über die Grenzen hinweg verfolgen. Zumal auch die Begünstigung der Wildschützen und die Abnahme der Jagdbeute unter schwerste Strafe gestellt wurden. Um die Banden Kloster Mayers und anderer Wildschützen hatte sich ein regelrechtes Netz von Hehlern und Teilhabern gebildet. Die Neunmorde und Totschläge der Bande resultierten meist aus den Zusammenstößen mit den Jägern und Soldaten der jeweiligen Grundherrschaft. Den Gerichtsprotokollen zufolge scheint besonders Kloster Mayer selbst nicht zimperlich mit seinen Widersachern umgegangen zu sein und manchen Amtmann oder Jäger eigenhändig mit dem Gewehrkolben misshandelt und gequält zu haben. Der kugelfeste Jasel, bedingt durch die territoriale Zersplitterung Schwabens, gelang es dem Jasel immer wieder, seinen zahlreichen Verfolgern zu entkommen. Die damals noch sehr abergläubische Bevölkerung dichtete ihrem Helden sowie einigen anderen Freischützen deshalb einige Legenden an. Sie galten als kugelfest, vielleicht sogar mit dem Teufel im Bunde. Aus der Zeit des frühen Dreißigjährigen Krieges stammt der Aberglaube von der Passauer Kunst, der sich auch der Jasel bedient haben soll. Hierzu musste man mit Zaubersprüchen beschriebene Zettel des Passauer Scharfrichters Kaspar Naat oder des Studenten Christian Elsenreiter verschlucken und war danach angeblich unverwundbar. Kloster Mayer scheint diese Legenden um seine Person regelrecht genossen und unterstützt zu haben. So präsentierte er den staunenden Bauern angeblich Büchsenkugeln, die er mit der bloßen Hand gefangen haben wollte. Nachwirkung Bereits zu Lebzeiten des Jasel begann die Legendenbildung um den Wildschützen und bayerischen Robin Hood. Für die ärmeren Schichten war er ein Volksheld und Wohltäter. Fürsten und höhere Geistlichkeit sahen in ihm einen Kriminellen. Sie betrachteten das Jagdrecht als Privileg, das allein ihnen selbst zustand. Die Kleinbauern und Söldner mussten der Herrschaft oft unentgeltlich als Jagdgehilfen und Treiber dienen und sogar einen Jagd- und Bereithalten. Der Jasel galt als besonders trefflicher Freischütze. So manche Wetterfahne um und in Kissing trägt noch heute ein Einschussloch, das auf einen Kunstschuss Kloster Mayers zurückgehen soll. Der Jasel ist noch heute das Vorbild vieler Wilderer und sonstiger Revolutionäre. In der Zeit der Aufklärung war Kloster Mayer natürlich ein ideales Symbol des Widerstandes gegen die absolutistische Anmaßung von Adel und Klerus. Der Mythos des Jasel verbreitete sich rasch über den gesamten bayerischen Sprachraum und darüber hinaus. Teilweise wurden seine Taten mit denen anderer Revoluzzer verbunden. So wurde der Erzbösewicht aus der Lechau in Tirol zum Wildschützfranzel, in Meeren zum Schwarzen Martin und in Wien zum Buam. Auch die Schauplätze seiner Heldentaten wurden in das jeweilige Gebiet verlegt, etwa auf die Radstätte Alm in Tirol. Die Verbreitung der zahlreichen Jasel-Geschichten reicht von Nürnberg bis nach Trient, von Eger bis zum Neusiedlersee, von Graz bis nach Bozen. Er wurde zu einer bajuwarischen Heldengestalt, deren Andenken noch heute eifrig gehuldigt wird. Viele Wirtshäuser sind nach dem Jasel benannt, Traditionsvereine halten sein Andenken in Ehren. Sein Nachruf drückt sich besonders in zahlreichen Volksliedern, Bühnenstücken und literarischen Darstellungen aus. Bereits 1763 entstand das wohl bekannteste Jasel-Lied, das noch heute gesungen wird. Eine moderne Version des Jasel-Liedes präsentiert die bayerische Volksmusiktruppe Biermörse Blossen auf ihrer CD Wosama, in Zusammenarbeit mit den Toten Hosen. Ein anderes, weniger bekanntes Volkslied lautet. 2006 wurde auf Gutmergendau bei Kissing die Jasel-Erlebniswelt eröffnet, die das Leben des Wildschützen- und Räuberhauptmannes thematisiert. Neben verschiedenen ausgestellten Originalstücken wird das Leben Kloster Mayers in einigen Dioramen und Schaubildern dargestellt.